Das Bergbaumuseum Rheinsdorf startet mit einer neuen Ausstellung in die neue Saison. Es handelt sich dabei um eine Sammlung, bei der den Besuchern im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgehen dürfte. Was hier ab Sonntag gezeigt wird, ist ein bergmännischer Schatz. Wollte man ihren Wert beziffern, reichen 10.000 Euro längst nicht aus. Im Heimat- und Bergbaumuseum wird ein Teil der Sammlung künftig dauerhaft zu sehen sein. Also es ist eine Präsentationswand historischer Grubenlampen, gemeinsam durch den Heimatverein Rheinsdorf in unserer Gemeinde gestaltet worden. Es werden hier ca. 130 Grubenlampen ausgestellt. Wir haben einen eigenen Fundus als Gemeinde mit unserem Heimatverein von ca. 50. Und ein Bürger, Herr Heuehaus Zwickau, hat uns 305 Exemplare übergeben, die wir also hier in einem Zeitstrahl ganz einfach ausstellen. Das ist also wunderbar. Das ist Industriegeschichte Burr, Erfindertum, Unternehmensgeist, damals von Wolf. Wolf ist in Zwickau geboren, war ein Mechanikus. Und der Kaufmann Friemann kam also aus Thüringen. Und es ist also die Legende, beides haben sich gemeinsam in Zug kennengelernt und haben dann dieses Unternehmen Friemann und Wolf aufgebaut. Was die Besucher ab Sonntag im Heimat- und Bergbaumuseum zu sehen bekommen, ist eine technisch zuweilen abenteuerliche Sache. Die frühesten Geleuchte hatten noch eine offene Flamme, ohne jeden Schutz. Natürlich war damals allen die Gefahr einer Schlagwetterexplosion bekannt, aber Sicherheitsleuchten erfand die Firma Friemann und Wolf erst später. Früher offenes Licht. Wir haben hier auch Lampen in der Wand, die noch offenes Licht haben, wie zum Beispiel eine Froschlampe. Und wir kennen ja alle das Problem des Methangases, sodass es also Explosionen im Berg gegeben hat. Im Steinkohlenbergbau, natürlich auch im Erzbergbau. Und mit der Sicherheitsgrubenlampe ist also ganz einfach als Weltneuheit damals, 1882, etwas hier erreicht worden, wo man sagen muss, ganz doll Sicherheit im Schacht, ganz einfach verstärkt und keine Explosionen mehr durch Methangas oder andere Gase. Mit der Entwicklung von Sicherheitsgrubenlampen war der Firma Friemann und Wolf der große Wurf gelungen. Plötzlich waren diese Produkte Zwickauer Ingenieurskunst in der ganzen Welt gefragt. Ja, das war also Friemann und Wolf. Man würde heute sagen, ist ein riesen Global Player geworden, ab 1882, 1890, 1900. Und hatte also Niederlassungen. Heute wären wir und sind natürlich noch darauf stolz, bis nach Chile, bis nach Russland, in Frankreich, in Griechenland, überall dort, wo es Schächte gab, hat damals Friemann und Wolf über ein Weltpatent diese Sicherheitsgrubenlampen natürlich von 1882 technologisch weiterentwickelt. Dann ganz einfach angeboten. Und wir können ganz einfach stolz in Zwickau und natürlich der Region sein, dass dieses Unternehmen hier bei uns gewesen ist. Keine der Lampen ist wie die andere. Jeder hat ihre Besonderheiten. Jede hat ihre eigene Geschichte. Zur Saisoneröffnung am Sonntag, 14 Uhr, wird auch ein Mann anwesend sein, der all diese Geschichten erzählen kann. Also wir haben im Steinkohlenbergbauverein ein Mitglied, das ist der Herr Jürgen Schlosser. Und der Herr Schlosser ist ein Spezialist der Zeitgeschichte für Grubenlampen. Und der hat also diese gesamten Lampen bewertet. Es gibt also auch Kataloge natürlich, wo diese Lampen dargestellt sind. Aber der Herr Schlosser hat ein ganz, ganz fundamentiertes Fachwissen. Und der hat es wunderbar mit unseren Leuten vom Heimatverein gemacht. Die Saisoneröffnung ist am Sonntag um 14 Uhr. Einen begleitenden Vortrag zur Geschichte der Firma Friemann & Wolf hält der Historiker Norbert Peschke am Sonntag um 15 Uhr.